Spaß für Kinder Ich frage mich, ob in dem kinetischen Sand etwas versteckt ist. Das ist ein Flugzeug. Und es hat ein Blaulicht. Weißt du, wer das ist? Das ist Paul. Hallo. Lass uns nachschauen, was im gelben Sand vergraben ist. Okay. Ein orangefarbenes Flugzeug. Das ist Donny. Ein rotes Flugzeug. Das ist Jet. Und was ist im blauen Sand versteckt? Ein blauer Flügel. Das ist Jerome. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben vier Flugzeuge gefunden. Freunde, es ist Zeit zum Stützpunkt zu fliegen. Es ist Zeit zum Stützpunkt. Das ist Zeit zum Stützpunkt. Das hier ist meine Werkstatt. Juhu! Juppie! Juppie! Und wo ist Paul? Lande an Flug! Das ist meine Polizeistation. Flügel einklappen. Von hier oben habe ich eine gute Aussicht auf die Stadt. Jet, wir haben eine Eilsendung, die ausgeliefert werden muss. Verstanden? Ich komme. Welches Paket ist es denn? Aha. Das ist es. Und hoch geht's. Oh oh. Oh nein. Was ist denn mit dem Motor los? Ich verliere an Höhe. Oh nein. Nicht ins Wasser. Puh. Oh oh oh. Ah. Was für eine Bruchlandung. Was für eine Bruchlandung. Was für eine Bruchlandung. Oh je. Wie soll ich denn hier wieder runterkommen? Mayday. Mayday. Ich brauche Hilfe. Oh. Jet steckt in Schwierigkeiten. Nix wie hin. Oh man. Wo bleiben die denn? Warum dauert das denn so lange? Halte durch, Jet. Ich bin gleich bei dir. Ja. Ja. Ich bin gleich bei dir. Du bist in Sicherheit. Danke. Jet. Was ist denn passiert? Mir ist der Treibstoff ausgegangen. Keine Sorge. Ich habe Ersatz Treibstoff dabei. Dankeschön, Donny. Jetzt muss ich schnell das Paket ausliefern. Aha. Hier ist es. So. Jetzt aber schnell zurück zum Stützpunkt. Hat dir unser Video gefallen? Dann drück auf Like. Tschüss. Denk an. Dann drück auf. Ja. That was.